Ja, dort werden die regelmäßige Updates sowie die aktuelle Bestenliste veröffentlichen. Wow, aktuelle Bestenliste, da ist ja nicht meine Bestenliste veröffentlichen, wie im Keks. Was für Bestenliste veröffentlicht? Steht da drinnen. Kann die aber nicht. Wir könnten es auch so klären, wir könnten auch sagen, ja jeder farmt in einem Arsenal. Könnten wir so machen, weil dann hätte jeder sein Farming-Arsenal und könnte farmen. Würden wir es dreifach machen. Wo ist dein Arsenal, ey? Also, was ist dein Arsenal da? Warte, ich zeig's dir, ich zeig's dir. Guck, jetzt hab ich 100 Gold. Guck, komm her. Tching! Ah, ja, dann 200 Gold, okay, verstehe ich. Entweder da oder da lang. Da kannst du auch lang. Aber profitabler wär hier, weil da kriegen wir die Muni-Kisse. Und deswegen, sie, zum Beispiel, Anna kann da drüben farm, ich kann hier farm und du kannst dann da drüben farm. Ja, Münzen sammeln, zwei Punkte. Das heißt, wenn ich Münzen schon gesammelt hab, hätte ich eigentlich schon eine Aufgabe erledigt. Ist das richtig? Ja, genau. Und das erhöht sich immer weiter. Umso mehr Münzen du kriegst, umso mehr Punkte. Logisch? Mhm. Ja. Und wie krieg ich die Münzen? Ja, indem du die Zombies ja abballerst. Okay. Okay. Okay, dann ist das jetzt hier dein Arsenal, ich geh nach hinten. Gut. Ah ja, jetzt haben wir mit den Kippen. Im Fall eines Falls, muss ich mir halt noch ein Arsenal holen, weil das ist, glaube ich, ein bisschen zu klein für meine Verhältnisse. Und damit, hey Leute, was klappt, hier ist hier euer LeBlast mit einem neuen View für euch heute, Leute. Wir sind heute mal auf der Map Zombie Arsenal von Stamplay unterwegs, um natürlich Punkte für das Community Battle hier zu sammeln und um ihnen ein Spray, genauso wie der ganzen Community von Stamplay, ja, dieses Spray zu verschaffen. Wir sind hier zu dritt, gerade am Farm und Marco und Anna sind auch mit dabei. Wunderbar. Hi. Und Anna sagt einfach gar nichts. Perfekt. Krass. Sympathisch, man kann sich unterhalten. Ja, nee, ich hab nur mit Rappen-Mörder verbrückt, aber bei meiner Kapitänie, ja. Aber wenn ihr, wenn ihr auch wollt, ihr könnt auch weitere Arsenale freischalten, also es bringt nicht um. Ist eigentlich noch besser, dann können wir mehr Zombies niederstrecken. Mhm. Aber auch nur, wenn ihr das Gold dafür erübrigen könnt. Wenn ihr Munition oder so braucht, dann macht das nicht. Zum Beispiel von mir war das jetzt gerade nicht so taktisch klug gewesen, weil ich hab nur noch sehr wenig Pudi. Aber gut, ich krieg ja meine 100 Punkte wieder zusammen. So ist das auch wieder nicht. Okay. Interessant, dass wir zeitgleich gerade die Verbindung zum Match verloren haben, Marco. Ja, das ist sehr interessant. Das muss irgendwie zusammenkängt sein. Oder so. Ich hoffe, dass ich noch einen Zombie mit meinem wenigen Muni noch eliminiert kriege. Ich hoffe es. Sonst kann ich ein bisschen Muni geben. Ah! Hilfe! Ich kann nichts machen! Aua! Aua! Ich hab keine Muni mehr. Nein. Ja, komm mal zu mir. Ieeeh! Aaaaah! Vorher lieg auch Mützen! Oder? Was ist das? Nee. Das sind keine Mützen. Aaaaah! Baba! Ekelhaft! Geht weg von mir! Ekelhaft! Geht weg von mir! Jetzt hab ich wieder genug! Danke, Marco! Bitte! Aua! Aua! Ihr nehmt dich! Er geht doch weg! Alter, keine Zombies mehr in deinem Arsenal! Doch! Es kommen schon immer wieder Werte nach. Ich hab Anna gefragt. Achso. Ich hab einen. Aber ich glaub, die hat eher gerade Bock bei mir zu gucken, was hier abgeht, um mit mir zusammen zu fighten. Hab ich so das Gefühl. Das kommen einfach viel zu viele Tapppizzer-Müß. Geht doch. Übrigens, wenn du genug Gold hast, du kannst die Munition von hier von der Beute-Truhe holen, ne? Das hab ich schon gemacht. Vor allem. Ich mein Anna. Äh, ja. Jedes Mal aufs Neue. Nevermind. Du hast es heute, aber wenn dich Anna zu dir sagt, dann hörst du auch drauf. Komisch. Ich weiß auch nicht. Es kann vielleicht daran liegen, dass ich grad zeitgleich ein bisschen was, äh, also, diese Aufgabe da ließ. Weil ich verstehe das noch nicht so ganz. Ich meine, alle Teilnehmer, die mindestens eine Aufgabe abgeschlossen haben... Ist doch logisch, oder nicht? ...erhalten dieses spezielle Spray-Exklusiv. Was ist aber eine Aufgabe? Weil es oben wird, oben sind nur von Punkten, also, sprich, wenn du Münzen sammelst, et cetera, kriegst du Punkte. Ist das eine Aufgabe, oder? Im Grunde genommen ja schon, weil du machst es ja alles und so weiter. Wie zum Beispiel ich gerade, der an die 133 Höhlen schon wieder eliminiert hat. Ist ja auch schon wieder eine Aufgabe, die ich gemacht habe, quasi. Und somit bringe ich ihm ja Punkte ein. Pro 100 Eliminierung von Höhlen kriege ich ja quasi, ähm... Wie viel waren's? 100 Punkte. Pro 100, äh, Höhlen. Äh, Marco, wenn du willst, du kannst dir die EMP-Money hier nehmen. Ich brauch's nicht. Eigentlich, wie er aufregt, weil ich hab nur, hier hab nur eine AR, aber... Ja. Ihr seid auch, ihr seid auch schlau, ey. Ihr könnt euch hier vorne eine MP holen, ne? Das wisst ihr. Was hat's denn einer? Ah, ich brauch 150. Scheiße. Ich kann mir gleich noch einen holen. Huck, hier vorne kannst du dir doch eine kaufen. Ja, ich hab keinen Bedarf gehabt. Meine Güte. Meine Güte, ja. Komm mal weg, den Fettzack. Wo kommt da die Zombie-Höhlen? Also, wo kommen wirklich die Brosse und so weiter? Frag ich nicht dann. Müssen wir da für weitere Asenale freischalten, oder? Ah, ich brauch noch ein bisschen. Kann das sein, dass ihr irgendwie das, äh, dass wir gerade immer wieder gerne Arsenal-Wechsel machen? Der eine rennt dahin und der andere auch, oder? Möglich. Ey, Marco, gibst du, du rennst mir hinterher. Ich bin nicht voll zu dem Automaten wegen der Waffe, aber... Was macht das für einen Unterschied, wenn man jetzt... Wenn man jetzt in einem Arsenal bleiben würde? Du könntest weiter erhöhen, aber das Ding ist halt, du kannst halt auch nicht ständig in einem Arsenal bleiben, weil irgendwann brauchst du wieder Muni. Deswegen, du musst halt mal zwischen Arsenal switchen, aber dann sagt man halt dann seinem Kollegen Bescheid, sagt so, okay, kommt das mal Arsenal switchen, ich gehe in das Arsenal, wo die Muni ist, der andere geht in das Arsenal, wo hier ist, so bei dem imaginierten Orden, und der andere geht halt in den Park und tut da töten. Was weiß ich, was weiß ich, ah, halt vorher sagen, wenn man switchen will, so'n Ding. Ich hab Subway-Arsenal geholt. Da kannst du auch weiter farmen, wenn du willst. Es bleibt dir überlassen, wo du halt farmst, aber du sollst halt gucken, dass du immer genug Muni hast und alles. Ja, ich hab mir auch gerade irgendwann mal Muni zu in den Kopf gemacht hast, ja. Ja, deswegen immer gucken, dass man halt Muni hat und dass man halt, ja, nicht so quasi am Abgrund steht, weil ansonsten wirst du von den Höhlen verkloppt und dann warst du das, ist nöt. Dann muss einer von uns nicht mehr hochholen oder zwei. Wobei das Hochholen geht in dem Modus eh sehr schnell, hab ich so das Gefühl. Drei Sekunden hat das, glaub ich. Da war das. Ja, war bei dir vorher am Anfang so gewesen. Ich hab's das gesehen. Nee, sie ist irgendwie kaum. Nachher, links, später, wenn ich dann so auf dieses, links, wenn dann die Liste am nächsten Tag veröffentlicht wird, dann steht er einfach so auf dem nächst höheren Rang, oder was? Würde mich an meiner Stelle ja auch nicht wundern. Größter Höhenweckreißer ever. Hat man am Morden an Sturmmodus gesehen. Na komm, können wir uns den, das ist das in der Nähe auch noch mit. Warum soll die so knauselig sein? Weil das bringt mir ja eigentlich gar nichts, weil das spawnen ja nicht mehr welche. Ah, okay. Die sind raus. Ah, ja. So, so, so. Ah, ich hab schon wieder ein 1000 Epo. Wo hab ich die 1000 Epo her? Ah, ja. I see spawnen. Was? Was heißt, was spawnen in dem Mädelbark? Scheiße, was du jetzt so denkst. Warte, 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 nein, nein, nein. Bei einer ist ein Boss. Töse den! Ah! Wie wird das? Oh, nö, Dr. Limmelbark. Junge, Alter, was ist denn hier los? Ach, nö, Dr. Limmelbark. Ernsthaft. Aber will der Große denn nicht sterben? Was ist denn da los? Ja, jetzt, Tobi, wollte grad nicht sterben. Weg, Alter. Jetzt hat zum Beispiel Anna richtig Jackpot abgegriffen, weil sie hat einfach einen Dings, sie hat einfach einen Zombie-Boss getötet. Da muss ich gerade mal gucken, wie viel der nochmal gibt, sobald die Phase immer vorbei ist. Na gut, dann kloppt ihr euch mal hier schön weiter im Park und ich kloppe mich hier drüben. Wann alle schreien? Waaah! Waaah! Bist du schon zu groben, sonst bringt's nichts. Waaah! Schattenwolf! Ah, Boss! Hilfe! Waaah! Attacke auf den Fensterk! Waaah! Wuuuh! Ich glaube, das war nicht der letzte Boss. Junge, warum, äh, warum brauche ich jetzt so viel Muni, um die wegzuschlagen? Was ist das denn? Alter! Eklat! Kommt mir das nur so vor, dann wird das frohe Runde immer schwieriger. Gibt's da auch ein Ende? Ich glaube nicht. Außer wenn wir die weiteren Arsenale kaufen würden. Würde ich mal sagen, aber... Ob da wirklich ein Ende abzusehen ist, ich weiß ja nicht. Sieht euch, ey. Der Boss spawnt halt wieder in der Mitte. Der tut halt wieder genau da spawnen, wo ich bin. Wahrscheinlich. Und hinter dir ist der Boss übrigens. Hehehe! Wie gut, dass ich dir gesagt hab, ne? Sonst wärst du jetzt Zobjagd-Fleisch. Boah! Junge, Alter, die fressen so viel Mutti. Sehr ekelhaften. Boah, noch ein Boss. Bei dir? Ja. Sag etwas. Ich glaub, wir haben echt großes Problem gerade. Oh, Junge. Ja, ich bin da. Wurde grad richtig ekelhaft zusammengeschlagen. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Danke. Ich glaube, wir... Oh, Joi, 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 Jo, 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 Jo. Gang bloß weg, du Fanzack, Alter. Es kommt mir gerade so vor, als ob das hier Tagesmission wäre. Was? Mann, ja. Auf hin! Lauf auf den! Kommt mir das gerade nur so vor oder hört die Welle gar nicht mehr auf? Das bringt aber auch Feuer, das ist irgendwie eh immer mehr, oder? Junge. Boss. Zwei Boss. Wanderkörder. Hä? Können die denn noch spawnen? Was hat denn das gerade für ne Logik? 300 Höhen geklatscht, lol. Oh, Junge. Wo sieht man denn die, die man geklatscht hat? Ähm, oben nimm den Zeichen, äh, oben nimm der Zeitanzeige unter deine Map. Ah. Ich hab jetzt bis jetzt 300 Höhen getötet. 236. Wow. Woah. Hammer. Woah. Gib ihm. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hab dich zu weinen. Ah. Jetzt sind sie im Kleddisch. Ich glaub ich muss mal wieder in die Zone 1 und mir einen Fisch holen vielleicht. Ey, ja okay. Ich bin dumm reingelaufen, okay. Ich bin dumm reingelaufen. Nee. Ah. Mann. Oh, ich bin gestorben. Mann. Äh, danke. Äh. Die sind aber aggressiv, Alter. Jo. Halt dich von den stinkern der Nacht. Da ist ein Dr. Lümmelpuss. Das macht sich besser. Wir haben hier grade eh Riesenklopperei. Junge. Alter. Ah. Nein. 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 Mann. Ah. Ich muss mir kurz einen Fisch holen. Best zwei Fische. Kling, kling, kling. Junge, Alter. Was habt ihr alle heute für ein Problem? Boah. Gott sei Dank. Langsam wird es ja richtig schlimm. Ich komm her. Ich komm zu dir. Und hol dich. Ah. Ah, der dicke Nachbar. Ja. Ein Boss spawnen in den Middle Park. Und ich hab gedacht. Ja. Es könnte ja nicht noch schlimmer werden. Ja. Tschüss. Übertreibt noch alle. Leute, dieses Video. Einfach nicht mehr normal. Ah. Ich renne grad nur weg. Ah. Was hab ich euch denn alle getan? Alter. Ah, der dicke Nachbar. Leute, könnten wir das so festhalten, dass es gerade echt eklig und umkämpfende Situation hier bei uns ist. Ah. Hilfe. Mein Gott. Okay. Jetzt werden wir wahrscheinlich alle sterben. Ist es nicht besser, oder ist es? Alter. Das ist jetzt langsam echt nicht mehr witzig. Junge. Lieber dreimal, Alter. Oh mein Gott. What the fuck? Wie viele sind das hier? Verhalten sie. Ich lass sie einfach zurück. Du kannst laufen. Oh nein. Und ich hab fast gerade irgendwo in mir. Alter. Das ist echt unangenehm grad. Sicher. Ja. Äh. Äh. Oh, wenigstens. Ist der dicke down. Geh mal weg da. Oh, ich Dschungel. Alter, müssen wir gerade kä- Boah. Wir haben Pause. Was? Schnell. Geht euch Fische holen. Next wave beginnt. Fische. Wir brauchen Fische. Wir brauchen Heilung. Weißt du, was ich vorher gedacht hab? Weiß auch schon ein Eisboss in the middle. Irgendwas. Eisboss in the spawn in the park. Genau. Ehh. Ehh. Ey, ich kann den Zapler nicht aufgreifen. Was soll denn der Scheiß? Oh Gott. Heilige Mutter Maria. Joa, ganze Horde hier. Aha. Alter. Junge, wir sind hier nicht beim Rodeo Dance, Alter. Wir kloppen uns nicht mit Tieren. Die Tiere. Junge, das geht ja langsam echt zu weit hier. Oh cool, ich hab keine Money mehr. Ist ja immer geil. Ich hab nur noch Money für mein scheiß Sturmgewehr. Wenn das aus ist, dann ist Finte, Alter. Dann bin ich gefickt. Dann bin ich am Arsch. Zombies wirklich gefällt mir nicht gefreast. Ja, heißt das jetzt, ich spawne ewig, oder was? Wenn das passiert, Alter, dann dreh ich durch. Eihana. Alter. Ist doch schon nicht mehr witzig. Junge. Ey Leute. Ohne Witz. Ich hab bis jetzt 425 Höhen geklatscht. Wie viel habt ihr? Aua. 3,31. Geil. Aber das sollte man ja schon mit diesem Spray dann bekommen, oder? Ja? Wir helfen grad tatkräftig mit und wie, ey. Boah, das sind grad, das sind zwei. Ja, da sind zwei bei dir. Ich hab's grad gesehen. Kämpf weiter, meine Krieger! Kämpf weiter! Wir müssen überleben! Für den Ruhm von Stan, unserem König! Alter, ich kling grad wie so ein mittelalterlicher Depp, Alter. Ey. Okay. Hier habt ihr noch Sturm irgendwo. Und die Klopperei geht wieder los. Geh weg! Weg mir hier! Weg mir hier! Schwanz! Oha! Weil anders ist ganz herbst da hinten! So, reicht jetzt! Ruhe jetzt hier! Dickerchen! Wir haben uns genug amüsiert! Genug gekloppt hier! So, ich komm erst mit zwei Schlöppis hier! Nee! Muss auch sein! Dankeschön! Jetzt will ich nur noch weitergehen! Nee! Dankeschön! Ah! Warum ziehst du mich in die Explosion immer mit rein? Lauf! Lauf um dein Leben! Yo! Der Arrogantenviecher! Wow! Wo kommt denn der jetzt her? Boah, Rückendeckung vom Allerfeinsten hier! Let's go! Aus dem Weg, ihr Viecher! Spotz! Das ist doch noch Sturmgewehr, Embo! Kannst nicht aufsammeln! Äh, nee! Weil nicht außerhalb! Top! Achso! Ja, okay! Dann müsste! Nimm gerne! Alter, ich schwöre! Dafür! Allein schon für so eine Aktion wieder gehen wir in die Geschichtsbücher ein! Nicht so! Bei mir... Kann bei mir gewesen halt nur Fretter! Ja! Bei mir sind nicht drei Explosions-Zombies, ne? Reden wir nicht drüber! Oh! Gottes Welt! Halleluja! Maria und Joseph! Boah! Wenn der jetzt noch auf mich drauf gekloppt hätte, das wär... das wär komplett Finte gewesen! Boah! Kollege! Ey, guck mal! Richtig viel... Meno! Emo! Ich hab's... Ich hab's... Ich hab's Emo regnen lassen! Keine Ahnung, warum, äh... Nie mal ausgeklaut ist! Oh, guck mal! Oh, guck mal! Irgendwie der Boss fällt mir! Nein! Ah, ah! Weil... Sie wird immer von den Bossen... Sie wird immer von den Bossen überfallen! Wir nicht! Wir sollten ihr... Wir sollten ihr... Wir sollten ihr vielleicht helfen, oder? Der ist hinterbei von den Boss, Digga! Ich klopp ihn gerade! So, ist da unten der eine! Oh Gott, da ist noch einer! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Jetzt muss ich mir grad über mein eigenes Leben sorgen! Ah, Junge, ey! Eben, Eberring, Afgern! Ich glaub, wir können sie nicht mehr retten, oder? Aua! Ah, doch, du machst schon! Sehr gut! Ah, es geht! Ist nicht gegangen! Ah! Lenk mal kurz ab! Ich heil! Ja! Ich... Ich hab dich zurückgeholt! Aua! Oh, Scheiße! Jetzt hibst du nur noch! Hat sie keine Ammo mehr? No way! Gab's ja keine Ammo mehr! Schnell, komm her und heil mich hier hinten im Eck! Das kriegst du in ein paar Sekunden! Schnell, 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 schnell! Ja, sehr gut! Lauf, 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 lauf! Ah, wenn wir ihn jetzt noch holen könnten, wär's ja geil, aber... Ich hoffe nicht! Ah, Junge! Geil! So, danke! Ha... Habt ihr... Hast du ihn? Ja! Geil! Oh, sehr gut gemacht! Strong! Da hätten wir fast bei unserem größten Erlebnis verkackt! Aber nur fast! Ich brauche wieder Fische, ey! Ich brauche wieder Heilung, sonst mit nächste Runde wieder happy! Uah! Wow! Der ist ja ein bisschen hier, der Spawns! Jogi, die spawnen immer zu schnell! Setzt mal die Spawn-Rate höher, ihr Penner, Alter! Was soll denn das? Ich werde ja hier schon gemobbt! Ah, Leute, hier gibt's auch Ammo-Kisten! Das wusste ich ja gar nicht! Sehe ich das richtig, dass die gar nicht da reinkommen? Ahhhhhhhh! Ich glaub, ihr habt was... Au! Was interessant ist, entdeck! Pile? Danke für die Zusatzpunkte, Leute! Gebe ich gern mit! Boah, Alter, das ist so anstrengend. Da haben die ganze Zeit die Finger gedrückt, so halt. Merci. Kannst du ja, dass die irgendwie jetzt hier abbleiben? Ja, das ist das, was ich vorher gemeint habe. Ich glaube, wenn man da drinnen ist, dann wird man den Augenblick. Hey! Die ist praktisch. Also ich klopke mich mit denen hier draußen und die chillen da drin. Komm her! Komm her! Boah. Wow! Und tschüss. Junge, Junge, 551 von diesen Viechern zerratscht. LOL! Und nächste Phase. Der Eis-Boss ist wieder in der Mitte gespawnt, aber da will ich nicht hingehen, weil ich wieder sterben werde. Aber wer hat auch schon Bock in die Mitte zu gehen, ne? Hier kämpfst du lieber hier, weil du da safe bist. Was heißt safe? Hier wirst du auch geschlagen, aber zumindest nicht so hart, wie du in der Mitte geschlagen wirst. Leute, das wird unser größtes Highlight für das Jahr 2022. Wir drei hier einfach gesessen und haben so viele Höhlen zerklatscht, wie es nur geht. Und das, meine Freundin wird in die Geschichtsbücher eingehen. Das ist Geschichtsbücher, du, damit machst du das. Jetzt hat es wieder mit dem... ...mit dem Typen, der... ...immer mit dem Typen, der Fischstäbchen aus so einer Müllabpackung ist. Eier, shit, ja, ich muss am nächsten Stream doch wieder was machen, Marco. Was sagst du? Ich muss da wieder was machen, wenn ich wieder streame. Wenn du weißt, was ich meine. Ja, 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 genau. Ja, 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 genau. Ja, aber... Wo sie denn noch einmal die aktualisierte Variante machen? Ja. Uns dreimal machen. Wenn du verstehst, also wo die Anna auch dabei ist. Jo. Klatschen die Höhlen. Meine Krieger. Wir wetzen unsere Schwerter und schlagen sie zurück. Boah. Hetzack. Ich muss, dass es im Wasser ist. Also... Und er ist despawned. Wie viele habt ihr jetzt inzwischen? Äh, 336. 466. Boah, Leute, wir haben schon über 1000. Ich hab 601 geklatscht. Neu. Jo. Und die Zuschauer kriegen's sogar noch mit. Geil. Das, meine Zuschauer, wird's in die Geschichte zu mich eingehen. Fetzack! Hinter dir! Vorsicht! Auf eh mit Gebrüll! Wollte mal, ich schütze sie! Nein! Huh... Wo... Junge, Junge! Woa... Woah, woah, woah... Shit, 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 shit. Shit, 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 shit. Ich will nicht geschlagen werden, ich will nicht geschlagen werden, nein. Nicht zaui. Du nicht zaui, ne. Wir hätten alle da ließ. So, tschüss. Die Muni. Gerne. Junge, die meisten stehen hinten neben dem Container. Wah. Ein Schaden ist Schadeninfekt. Die überleben. Die sterben. Kollegen. Und sie sind down. Huh. Ausgezeichnet. Ich brauche wieder vier Fische, ansonsten gehe ich hier vor die Hunde. Kannst du vielleicht bitte aufhören, meine Fische zu klauen? Danke. Okay. Früher ist es aber nicht mit mir. Nee. Das ist süß und wirklich. Aber du hast mir gerade meine Fische geklaut. Ich. Nein. Nein. Anna hat gerade meine Fische geklaut. Dabei bin ich derjenige hier, der draußen sitzt und immer die ganze Zeit hier drauf ballert. Wobei sie sitzt. Sie sitzt auch draußen und ballert drauf. Aber ja. Ja. Es ist übrigens jetzt sehr schwierig zu unterscheiden, den du oft kriegst. Soll ich offensichtlicher reden, soll ich noch Schilder malen, oder? Ne? Nein, das war wirklich klar. Jaaaaaahhhhhh. Geh weg, du scheiß Boss. Ich will dich nicht mehr. Genauso will ich wie du, du scheiß Explosions-Sobie. Keiner mag nicht. Nicht mal seine Mitternacht. Okay, das hast du mir jetzt gedacht. Ja. Es ist mir relativ furchtend, weil ich schieße hin oder drauf, mir ist das alles egal. Joa. Geh mal weg. Diese Explosionszombies, die mag ich am wenigsten. Ich hatte 450. Oh, ich breite 700, wenn es so weitergeht. Warum schleppst du so eine Menge Zombies an? Du, 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 du. Ah. So, da kann ich dich wieder ganz normal hochholen, in Ruhe. Zack. Wenn man sich diese Zahl anzieht, da denkt man sich doch, Alter, was ist denn das mit denen? Was machen die denn? Das könnte man wirklich denken. Das glaubt doch ein, Mann. Wenn du so viel gefarmt hast. Das nicht mal in einer Stunde. Wobei knapp eine Stunde schon. Aber halt, ja. Trotzdem. Ja, wie lange machen wir das jetzt eigentlich noch? Weil es hat ja kein Ende, das Spiel, oder? Nö, hat's auch nicht. Ich würde an der Stelle sagen, sagen wir, wir farmen noch, sagen wir noch 10 Minuten. Okay. Dann hören wir auf. Weil dann haben wir echt ganz schön reingeblästet heute. Ist wirklich so. Allein schon, was wir alle drei zusammen reingeblästet haben. Leute, lasst es dann so machen, lasst es festhalten, wie viel wir reingeschallert haben heute, okay? Also. 10 nach 10? Äh, wir haben 10 Minuten gesagt. Es war gerade 10 Uhr, äh, 22 Uhr 3, also bis 22 Uhr 13. Mach mal. Dann hören wir auf. Ist fair. Ja. Also Leute, wenn das kein Content ist, dann weiß ich auch nicht. Das sind übrigens jetzt nur noch knapp 10 Tage, oder ne, 9 Tage, glaube ich, bis zur Season. Äh, ja. Bis jetzt, links zum Chapter 4, Season 1. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und es geht los. Wow. Auf, 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 auf. Das wird's new, ja. Oh, bock. Vorsicht. Herzag. Oh Gott, Boss bei mir. Wie schlimm kann das denn noch werden? Oh Gott, ich kann ja nicht springen. Hey, was, bist du jetzt noch gestorben? Elitischer Esal. Da ist ein Boss neben uns. Ich muss dich grad heilen. Das sieht grad nicht so gut aus, wenn's so weitergeht. Ja, komm, die 800 krieg ich noch voll, komm. Abgefüßt. Oder mein Name ist nicht der Polaris Boksois. Buff. Oh, nein. Ich bin ein Franzose geworden. So ein Ding. Ja, komm, easy. 800 krieg ich noch voll. Das ist ja easy. Oh, Leute. Ich sag's ja. Das soll ein Läster sein. Und es geht los. Angriff. Äh. Wah. Und tschüss. Wir sind schon wieder tot. Marco kloppt sich einfach allein mit dem Boss. Tch. Hehehe. Geil. Easy. Schießt, meine Freunde. Schießt für die Freiheit. Alter, wenn's so viele Muni in echt geben würde. Alter. Die Erde, das wär kein runder Ball mehr, Alter. Das wär ein zerschossener Käse. Schweizer Käse. Website. Höö. Buhh. Was bei mir. Voll auch viel drauf. Bist du nebst. Sadem was hier gerade passiert, ey. Ich habe gleich 530 Easy, 800 Und ich habe die 6 Okay, Leute, wir rechnen nachher zusammen Aber jeder muss sich seine Zahl merken, okay? 6 Versucht euch einfach eure Zahl dann zu merken Okay Eine Phase kloppt man noch durch und dann war es das E gewesen GG's Bis jetzt GG's So, wieder 6 Fische am Start Jaja, von denen du mir schon wieder einen geklaut hast Nein, ich habe meine Selle bezahlt Hm, da bin ich mir nicht zu sicher Egal Solange du hier mithilfst, ist mir das egal Da kannst du auch gerne meine Fische klauen Bin ja freundlich Ja Ja, das ist mir egal, wie der Eis Das ist mir egal wie der Eis Ich mag den nicht Das wird sich nicht ändern Warum detonieren die eigentlich immer nur, wenn ich in den Ehe bin? Sie mögen nicht so gern Ja, das ist doch so Ja, das ist doch so Nicht hier, aber nicht Bei mir doch, bei mir kommt doch der Lübebüx, wo ich so nahe Also wenn das so weitergeht, dann komme ich doch auf die 900, ey Moin Meister Ah, ich mag das, ich kann er empfinden, wenn er scheiß Nein Aufhalten Und weg ist er Let's go Junge, das geht jetzt aber gerade rauf Wie Schnittskatze hier Ey Ich weiß nicht Soll ich wirklich noch die 1000 voll machen? Das wär's mir schon wert Au Scheiße, Tommy, Alter Ah, nicht schon wieder der, wo der detonieren kann Geh weg Gang weg von mir Oh, mir fehlt nur noch wenig Ey Wie viel? Mir fehlen nur noch 137, dann hätte ich die 1000 Boah Ey Kommt, Leute, das will ich noch schaffen Setz ich mir jetzt an das Ziel, komm Das sind nur vielleicht ein, zwei Minuten Länger, vielleicht sogar drei, die wir brauchen Oder die ich brauche Ja, ja, aber Durchzuziehen Ich will, Alter, ich will Ich will's wissen, ob das geht Als Experiment Oha Gefecht Komm, ich schreck ihn wieder weg damit Weg mit dir, Zombie Weg mit euch, ey Reicht ins Schau, ist vorbei Geht nach Hause Let's go, ich will's Beends Jetzt Das war's für heute. Jetzt war ich noch. Äh, ja. Die stehen ja auch alle dahinter, ey. Ich bin gut, dass da nichts mehr kommt. Zombie. Oh, ja, 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 da, 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 da. Das ist sogar gleich zwei, ey. Ich fress ein Wesen. Nein, das ist dieses Wort. Ja, aber doch, geil. Boah. 914. Ja, tisch. Geil. Geil. Oh, oh, aufpassen. Oh, aua. So, nächster weg. Hier, da vorne kommt der Kugler. Ich muss da ja nichts machen. Ja, ich muss da. Oh Gott, Zombie Riesiger Boss Die Frage ist, was tue ich mit meinen 2.900 Münzen, die was ich auch habe Ich habe auch so viel Ich glaube, kannst du dir jetzt alles kaufen, was du willst Naja, jetzt ist er Schluss Ich auch, ja Wobei, ich bräuchte vielleicht mal wieder Ammo Müsste ich erstmal wieder welche kaufen Ich habe fast nichts mehr Ich habe alles gerade in den Zombie-Fights verballert Kannst du bei mir ein bisschen was haben? Keine Sorge, ich will mir eh noch Ich habe eh noch Geld, also alles gut Okay, wir sind gerade noch safe Ja, okay, dann brauchen wir Ja, okay, ich brauche eh nicht mehr lange Dann habe ich es Wie viel hast du? Ähm, mir fehlen jetzt nur noch Warte, ich muss gerade rechnen Mir fehlen jetzt nur noch 54 Dann habe ich es Okay Wird sich Wird sich die Desbenarheiten Wird sich die Zahl auf eine 1.000 wünschen Wir werden es herausfinden Das ist das krasseste, was ich jemals gemacht habe Und der Boss ist direkt bei dir Auf ihn Auf ihn Schießt alles, was ihr könnt, Männer Und Ladies Auf den Knecht da hinten Wow Was, was Es sind nur noch 20, knapp Dann habe ich es Was, 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 was Was, 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 was Fights! Waaaaaah, schade voll! Oh? Boah, 1000 Töne getötet, oh mein Gott! 714 644 Okay, Leute, wollen wir rausgehen? Oder wollt ihr noch weiter fighten? Also, ich glaube, ihr habt jetzt genug von denen. Was? Ich habe genug von denen. Ja, okay, wir können rausgehen, wenn ihr wollt. Sehr gerne. Ja, ähm, okay, dann gehen wir raus. Einfach in die Lobby, oder? Ja, ab in die Lobby. Ich schieße hier weiter drauf. Ich bin jetzt hier aber von denen töten. Na gut, Leute, dann gehen wir raus. 1.019 Boah! Boah! Okay, Leute, da würde ich an der Stelle auch sagen, würde ich das Video an der Stelle auch beenden. Ich hoffe, euch hat es mir gefallen. Also, wirklich, man kann nichts großartig dazu sagen. Vielleicht wird es morgen Abend noch krasser, Leute. Ich könnte es mir vorstellen. Vielleicht sind die anderen beiden auch noch mit dabei. Wissen wir doch nicht. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Wir werden es ja sehen. Aber es war ein heftiger Beitrag von uns auf jeden Fall heute. Also, wenn man das nicht zu schätzen wissen kann, dann weiß ich auch nicht. Vor allem, wir haben das halt, auch wenn es nur ein Spraymotiv ist, daran teilgenommen jetzt. Und vielleicht wird es dieses Wochenende noch krasser, weil danach wird es eh klar sein, dass es halt weg ist. Ich werde mich natürlich auf jeden Fall weiterhin daran beteiligen. Auch morgen Abend im Livestream, Leute. Schaut gerne vorbei. Unterstieg Polaris. Würde mich freuen. Ähm, und werde dann nochmal richtig reingrinden. Vielleicht ist der eine oder andere von den beiden mit dabei. Mal gucken. Je nachdem. Ich tue auch hier niemanden dazu drängen, auf jeden Fall. Kann jeder entscheiden, wie er will. Und ja. Man würde sagen, habt noch einen angenehmen Tag morgen. Und unter anderem auch noch eine schöne, ja okay, schönen Abend kann man nicht mehr sagen. Schöne Nacht, je nachdem. Und ja. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video, Leute. Bye.